So brummt Ihr Laden durch Erfolgsturbos aus der Praxis, die jede graue Theorie um Längen schlagen. Lernen Sie praxisbewährte Erfolgsmethoden kennen, die auch Ihr Geschäft kräftig ankurbeln werden. Lüften Sie die letzten Geheimnisse wirkungsvoller On- und Offline-Werbung. Reduzieren Sie Ihre Betriebsausgaben auf das absolute Minimum und steigern Sie so Ihre Liquidität. Geschäfte zu machen liegt nicht jedem. Dabei ist dieses Geschäfte machen die Seele jedes Unternehmens. Und wer keine Geschäfte machen kann, geht unter. Geht es Ihnen auch so, dass Sie nicht unbedingt der geborene Geschäftsmann oder die geborene Geschäftsfrau sind? Dass Ihre Umsätze mehr dümpeln, statt durch die Decke zu gehen? Dass Sie das Gefühl haben, irgendetwas falsch zu machen? Wenn Sie nur wüssten, was das ist, dann sparen Sie sich teure Unternehmensberater. Glauben Sie mir, neun von zehn dieser Theorie-Drescher haben selbst nicht die geringste Ahnung, wie man im wahren Leben Geschäfte anbahnt und erfolgreich abschließt. Denn der Begriff Unternehmensberater ist nicht gesetzlich geschützt. Deshalb kann buchstäblich jeder nahe solch eine Unternehmensberatung aufmachen. Diese Typen geht es meistens nur darum, die staatlichen Fördergelder abzugreifen und in die eigene Tasche wandern zu lassen. Seien Sie schlauer, greifen Sie lieber zu meinem Ratgeber, so brummt Ihr Laden. Ziehen Sie sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Erfolgslosigkeit. Denn in diesem Buch finden Sie alle meine Erfahrungen aus mehreren Jahrzehnten, Lebenserfahrung als Unternehmer. Ich musste und muss davon leben, dass ich Geschäfte machen kann. Nutzen Sie also dieses praktische Know-how, das in geballter Form zwischen diesen Buchdeckeln steckt. Der Vorteil von, so brummt Ihr Laden, auf einen Blick, es ist durch und durch praxisorientiert. Ich bin ein gestandener Unternehmer. Deshalb empfehle ich Ihnen ausschließlich Methoden, die sich in meiner jahrzehntelangen Praxis allerbestens bewährt haben. Kein theoretisch Blabla, sondern durch und durch erprobte Mittel. Wenn Sie die umsetzen, wird Ihre Umsatzkurve in völlig neuen Höhen vorstoßen. Versprochen. Es zeigt Ihnen wirkungsvolle Werbewege. Gute Geschäfte können Sie natürlich nur dann machen, wenn man Sie in Ihrem Zielmarkt kennt. Machen Sie deshalb Werbung, aber werben Sie richtig, egal ob im Internet oder in der realen Welt. Ich zeige Ihnen die besten Stellen, wo Sie für kein oder weniger Geld bekannt werden können. Es zeigt Ihnen die besten Betriebskostenbremsen. Wenn Sie schon bei den täglichen Ausgaben sparen, machen Sie bereits ein gutes Geschäft. Aus Erfahrung weiß ich, wo Sie noch Ausgabenlöcher stopfen können, ohne auf Lebensqualität verzichten zu müssen. Warten Sie nicht, bis die Zeiten besser werden. Das werden Sie nämlich nie. Die wirklich Erfolgreichen machen sich Ihre Konjunktur selber. Alle Hilfsmittel, die im Buch beschrieben werden, bekommen Sie kostenlos auf CD-ROM und mit dem Download-Paket-Set. So können Sie ohne Zeitverlust damit anfangen, wirklich gute Geschäfte zu machen. Weitere Neuigkeiten und interessante Informationen über Sobrummt Ihr Laden finden Sie auf der Erfolgs-Unleihen.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Gehen Sie sich auf der Erfolgs-Unleihen.de Gehen Sie sich auf der Erfolgs-Unleihen.de